Ich habe gesagt, dass man bei diesen Nostalgia-Handikas die Herdung vom Straßenraussel noch so ein bisschen ableiten kann. Und ein bisschen aufgewachsen ist der Freiburg, der hier von Roger Kirschler mit Schacht geracht wird. Ich habe gesagt, dass man bei diesen Nostalgia-Handikas die Herdung vom Straßenraussel noch so ein bisschen ableiten kann. Ich habe gesagt, dass man bei diesen Nostalgia-Handikas die Herdung vom Straßenraussel noch so ein bisschen ableiten kann. Wir haben jetzt den Nostalgia-Handikas die Herdung. Jetzt wieder über die Handikas. Aber wenn ich nicht verabschiede, dann müsste ich den Nostalgia-Handikas nicht kommen. Jetzt wird der Nostalgia-Handikas die Herdung von Schacht geracht. Jetzt weiß ich nicht. So, jetzt leider bitte noch mal, bevor der Kollege hier startet. Die Leute hier vorne am Zaun, bitte noch mal nach rechts und links weg. People in front of the fence, go to the left. And to the right, you can wear the lights, check the breakfast. Check the breakfast, come on. Aber da kiegt eben heute hier der Rätschirm raus, da ist ganz schade. Die Rätschirm raus, da ist die Rätschirm raus.